Ey, wie heißt das Plugin? Äh, Angry Birds? Hä? Wie heißt das Plugin? Ey, äh, achso, ist das von Kollegen oder so, oder wie? Freut dich das nicht? Macht dich das nicht zittig, wenn Leute sowas machen? Das ist doch schön! Hast du echt ne Beschwerde? Kommt das immer, wenn es Beschwerde ist? Ne, das ist mit einer Detail-Tool Ich glaub, wir sind alle nicht online Hab die Luxe zerflückt der Mitle Die Luxe zerflückt Die Luxe zerflückt